Ja, hallo, Sonny, herzlich willkommen zurück bei Half-Life-Felix. Ja, es sieht ja sehr eingangs aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter mit der Hoffnung. Komm. Autsch. Okay, das will das Vieh nicht. Aber ich habe alles, alle nichts dabei. Schade. Wow. Jetzt werde ich fast umgefahren. Schade. 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 Wow! Scheiße! 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 Ich bin fast tot. Jetzt bin ich fast tot. Die Kamen jetzt unerwartet. Ich glaube, ich drücke jetzt weiter. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Hier gibt es einfach gar nichts. Jetzt sehe ich das richtig. Also diese Kiste dort. Mit einer einzigen Kugel. Ja, mit einer einzigen Kugel. Okay. Dann müssen wir wohl doch dort laden. Komm schon. Gut. Zwei sind schon alle weg. Die hatten aber leider nichts dabei. Sind wir hier richtig? Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. krankenschwester oder sowas das licht habe ich gerade schön ok weiter geht's haben alle nichts dabei ich frage mich ob ich was verpasst habe ich doch jetzt hier eigentlich wollte ich ja dort in den raum gehen noch mal zurück vielleicht habe ich ja was übersehen ich glaube dort habe ich was übersehen dem multi-tool kann man hier was machen ok das hätte ich mir wohl merken sollen leider keine ahnung so geschafft der sollte eigentlich tot sein diese schränke sind aber nicht wirklich hoch die kiste die neidend Nein. Auch nichts. Schubladen hier öffnen. Auch nichts. Schade. Oh, sorry. Das kann ich gut gebrauchen. Danke sehr. Wieder vollheal. Dann können wir jetzt weitergehen. Oh. Oh. Munition. Danke. Okay. Noch mehr Torte Combines. Schüsse. Oder Explosionen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Einer Torte. Oh, mein Gott. Der Tod. Die Polymer haben wir 15. Okay. Okay. Nichts drin. Kommen wir auch nicht durch. Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das stimmt. Davon. Achtung bitte! Zugang zu diesem Block ist nicht vermittelt. Diese Message zu bekommen ist in Zivilcode violation. Ein Schuss. Ich wollte hier noch in die Mülltonne schauen. Es geht leider nicht, ok? Nichts darunter. Ok, diese Tür können wir aufmachen. Nichts herdrehen. Oh, das ist ein Schuss. Oh, das ist ein Schuss. Nichts. Nichts. Ok, weiter gehts. Schade. Schade. So. Ok, hier gibt es absolut gar nichts. Schade. 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 So, when we get the combine off of Earth, what are you gonna do? I'm going full production mode on the Russells, of course. Oh, of course. You'll be sitting on a landmine. Goldmine, yep. So here's the plan. Conservative estimate, I think, of one year to get the world unconquered by the Combine, get them off the planet. So that's year one. Then another year to mass-produce the Russells. Although, just quietly, we will need to rebuild society first, you know, to get some basic infrastructure, jobs, money, that sort of thing. Otherwise people won't be able to buy them, you know. So, uh, yeah, three-year plan. Let's slot the infrastructure thing in for year two. Oh, yeah, definitely. You're going to want to put that in year two. So, see if it's a really gas container. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, gut, geschafft! Du hast nichts dabei und fällt wieder ein Rad, das dort hinten ist, das mir wieder sehr nach einer Fall aussieht. Du hast nichts dabei. Okay, das war eigentlich nicht klar. Du kannst du ein Job. Du kannst du ein Partner. Oh, well, uh, hmm. Well, there would be stock options. Five to ten year vesting period, obviously. Could be very lucrative for you, Alex, in the long term. I don't know what any of that meant, but... Sounds good, Partner. Yep, sounds good. Scheisse. Scheisse. Okay, cool. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020